Treffe die Schnappschildkröte, eines der gefährlichsten Geschöpfe im Süßwasser. Mit ihren kräftigen Kiefern und scharfen Schnäbeln kann sie schwere Verletzungen verursachen mit einer Bisskraft von bis zu 1000 Newton. Aber trotz ihres Rufs spielen diese Schildkröten eine wichtige Rolle im Ökosystem. In Nordamerika gefunden, kontrollieren sie die Populationen kleinerer Wassertiere und dienen als Nahrungsquelle für größere Raubtiere. Also, wenn du eine im Freien triffst, gib ihr Platz und respektiere ihren persönlichen Raum.